Das ist so blöd, wenn man jetzt auch noch nicht mehr so über offene Strecken laufen kann. Ich schaute am Streaming auch ganz entspannt wieder Minecraft Hero rein von Debitor. Oh, klingt cool. Klingt sehr, sehr cool. Ist da wer? Hast du wen gelauert? Hast du wen erwischt? Ne? Okay, weiter. Wozu? Das ist so krank, wie viele mittlerweile so Widerstandskämpfe und sowas es einfach irgendwo verteilt auf der Map gibt, ne? Also man merkt halt einfach wirklich, dass du langsam anfängst, die Stadt von dir zu überzeugen. Aber es ist wirklich sehr, sehr intensiv. Es ist so, du läufst drei Meter, auf einmal hast du so Widerstandskämpfe an jeder Ecke. Das war vor drei, vier Stunden Spielzeit noch nicht so. Nee, wir laufen. Oh, Bär! Wo kommst du denn her, Bruder? Stirb! Geht doch! Okay. Oh, Vorteilspunkte, ja, die sind wichtig. Oh, das ist sehr cool. Bären sind auch sehr cool. Geld. Viel Geld. Gut Geld. Es ist so, wenn wir hier durchlaufen, ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir ein paar mehr Pflanzen finden, die wir abernten können. Das wäre auch sehr cool gewesen. Ich würde im Haus schöne Minecraft zocken. Naja, wenn so eine... Also weiß ich nicht. Ich glaube, würde so eine Sekte so die ganze Welt dabei mal übernehmen. Oder zumindest mein Ort. Ich würde entweder versuchen, dass ich umziehen kann. Ich würde entweder versuchen, dass ich umziehen kann. Oder mich tatsächlich da so einschleusen. Und ein auf, ja, ich mache, was ihr wollt tun. Damit die mir halt nichts tun. Einfach einfach ganz normal mein Leben chillen. What the fuck? Was stimmt mit dir denn nicht? Greift das Ding mich einfach an? Durch den Wald laufen echt um. Oh ne, nö, nö. Und weiter. Oh, jetzt brauchst du echt viel Taktik langsam. Das ist richtig stressig. Gott, ist das nervig. Hör ich was, hör ich was. Ne, okay, rüber. Okay. Weiter geht's. Wir laufen außen rum. Wir laufen ganz entspannt. Wir machen das ganz entspannt. Wir haben alle Zeit der Welt. Können die Map erkunden. Willst du mich angreifen? Die Frage ist, hätte das Ding den Hund angegriffen? Hallo. Wuffy, Wauwi, 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 Wauwi. Oh. Kann ich dich plündern? Ich kann dich nicht plündern. Ich kann nur deine Waffe nehmen. Wuffy? Wuffy weg? Schade. Ich hätte Wuffy gern behalten. Der war süß. Zu viel für Betty. Was ist zu viel? Sag mal, Luna, wo bist du hier schon wieder? Mal randelieren. Was machst du schon wieder? Ich hör dich schon wieder irgendwo. Weiß ich nicht. Dummheiten machen. Katzen, ey. Ja, guck mal. 1500 Meter. Ganz entspannt. Das kriegen wir easy so gelaufen. Wir sollten uns vielleicht langsam mal so ein Auto, so ein Auto der Sekte auftunen und fahrbereit machen, damit wir nicht mehr sofort auffallen. Aufpassen, dass du nicht entdeckt wirst. Ja, easygoing kriege ich nicht hin. Ist nicht mein Type of Things. Mag ich nicht. Oh, das ist eine sehr freie Fläche. Das ist eine sehr freie Fläche. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sehr freie Flächen sind nicht gut. Wir sind auch nicht schneller, doch ein bisschen schneller, wenn wir sliden. Ich höre schon wieder irgendwas, was ich nicht hören soll. Oh. Oh. Das bist du. Guck mal, blündern. Cool. Das ist so ein Jagdding. So ein Bumsen. So ein... Ne? Chillig. Sekte, die chillt im Wald. Ja, nee, irgendwie nicht. Das ist halt das Coole. Du kannst die Probleme durchlaufen. Das Einzige, was du siehst, ist irgendwelche Skate-Anhänger irgendwelche Unschuldigen ertränken. Ansonsten hast du keine Fuzzis im Wald. Hochsitz. Ja, meine ich ja. Habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Das ist genau das, was ich meine. Das war mal ein Baum. Schade um den Baum. Da bestimmt ein hübscher Baum. So, offene Fläche. Immer ein bisschen kritisch. Danke. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Wald. Ich brauche langsam mal Pflanzis, die ich er... Oh. Nee, nix hier, Angriff. Lass das Flugzeug mal fliegen. Wir könnten das runterholen, aber will ich nicht. Lass die mal fliegen. Irgendwann haben sie kein Benzin mehr. Ich habe nur auf Deutsch gesagt. Ja. Ich weiß. Warum macht das eigentlich die ganze Zeit so ein Hilf-mir-Wusch im Hintergrund? Das verwirrt mich. So. Wir kommen so langsam gleich an die Stelle, nachdem wir jetzt 10 Minuten durch den Wald gelaufen sind und keine Blumen zum Ernten gefunden haben. Wir kommen an den Punkt, wo wir gleich wieder... Oh. Nee, da will ich nicht runter. Nee. N-n-n. Wir kommen gleich an die Stelle, wo wir gleich wieder 8 Versuche brauchen, bis wir die Mission schaffen. Holt euch Popcorn und seht mir beim Verzweifeln zu. Ist sehr interessant, I guess. Das bin ich, der Hilfe ruft. Ach, Mann. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Oh, das ist ein Zivilist. Ich wollte gerade schon schießen. Ich wollte gerade schon schießen. Ja, so muss das auch. Rookie ist für euch da. Ey, komm. Hoch mit dir. Du schaffst es. Du siehst mich nicht. Hast du eine Mission für uns? Oh, gib mir die Neemission her damit. Lass uns reden. Angeblich hat die Sekte... Hilfe! Halt mir! Bitte! Leute, bin ich blöd? Oder ist sie gerade einfach nur verschreckt? Red doch mit mir! Hast du von Gardenview gehört? Angeblich hat die Sekte die Verpackungsanlage übernommen. Gibt keine Spur von den Arbeitern. Sogar die Verpackungsanlage wollen sie unterm Nagel reißen. Das kannst doch keinem erzählen. Was geht bei ihr falsch? Ja, Flugzeug halt, ne? Also ihr könnt auch vor Sektenflugzeugen. Ganz ehrlich, da... Das ist eine offene Fläche. So, ganz schnell. Da hinten kreisen sie. Ich hätte davor keine Angst. Ne, doch, ich glaube ich schon. Ich würde noch zuwinken. Ja, weiß ich nicht, ob das ist, was ich provozieren wollen würde. Also so eine Bombe, so eine Bombe vor allem, so eine Bombe auf den Kopf kriegen, ist nicht so meins. Ist nicht so meine Absicht. Habe ich nicht so, nicht so hart Bock drauf. Bin ich dir ehrlich? So, heller Flake, wirst du schnell gesehen. Das wollen wir nicht. Katze! Die kriegt, glaube ich, gerade ihre 5 Minuten. Das ist nicht gut. Ey, wir haben von hier oben aus gerade einen richtig guten Punkt. Cool wäre es, wenn wir so erhöht bleiben könnten, um die Lage erstmal zu checken, weil ich habe nicht Bock, diesmal wieder 8 Versuche zu brauchen. Ja, ja, das ist jetzt blöd. Zivilist? Wir müssen da jetzt irgendwie rüber. Ist noch ein Fuzzi von denen? Na, komm her! Ich hätte nicht schießen sollen. Warum habe ich meine Sniper nicht mehr? Das wird doch schon wieder nix. Das wird doch schon wieder ganz und gar nix hier. Warte, wie viele sind denn das jetzt? Oh, lol. Gehen wir nicht auf den Sack. Problem ist nur, ich weiß nicht, wo die alle sind. Sehr gut. So, ist mir egal. Ich renne da jetzt einfach rüber. Ja, ich weiß, ihr seht mich. Ist okay, ihr seht mich ruhig. Gar kein Problem. Bis ich da drüben bin, seid ihr eh weg. Ich habe gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen, schnell. Einer? Wie? Ich sehe nur einen. 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten es natürlich versuchen mit. Wir gehen da einfach rein und wir sind einmal alle nieder. Aber ich glaube, uns ist klar, dass das nicht funktionieren wird. So, nochmal. Acht. Patrouillieren die da ernsthaft mit dem Fahrzeug? Was ist denn das? Leute, ihr solltet doch nicht von den Aufgaben noch schwieriger werden, bevor ich gelernt habe, ordentlich mit Waffen umzugehen. Was ist denn das? Schämt euch. Bleibt es jetzt bei 8? Sind es nur 8? I guess so. Es sind dann wie bei dir 8, die ich sehe. Und halt Fahrzeug. Na, das Fahrzeug ist halt hart. Ich weiß nicht, wo ich meine Sniper verloren habe. Ich hätte gerne, ich hätte gerne meine Sniper jetzt gehabt. Die wäre cool gewesen jetzt. Habe ich noch eine Rauchbombe oder sowas? Rauchgranate. Perfekt. Ich habe nichts getroffen. Einwand frei. Nummer 1. Der ist dahinter, ne? Die sind da alle hinter. Was ist denn das? Ich sehe nicht, wo die hinter stehen. Aua, nicht gut. Da kommt noch mehr geflogen. Was ist mit ihr da passiert? Hallo? Ja, die sollen mir mal ein bisschen hinterherlaufen. Ich brauche ein bisschen mehr Spielraum hier. Lass mich doch was treffen. Lass mich doch was treffen. Danke schön. Von wo werde ich denn jetzt schwer getroffen? Was ist denn das? Alles klar, ich habe gar keine Munition mehr. Fickt euch. Ich glaube, ich bin nicht weit genug, nicht nah genug dran dafür, wa? Ich tatsächlich nicht. Das ist schon wieder so unvorteilhaft. Das ist schon wieder so unvorteilhaft. Hallo? Nicht gut. Kannst du noch so probieren. Ja, moin. Alles klar. Ich bräuchte einen neuen Helfer, bitte. Ähm, das ist jetzt nicht passiert. Los. Madame. Immer gib ihm. Es ist deine Zeit zu shine. You're time to shine. Ja, komm jetzt, ob wir mich immer noch sehen hier. Was ist denn das? Oh. Oh. Wo habe ich denn die Munition jetzt wieder her? Oh no, sehr gut. Boah, die ist so gut, ne? Ich sperre dir und ihr Bogen. Das ist echt so eine Sache für sich. Ist das eigentlich Cheaten? Ja, das war ein bisschen dumm, oder? Hi, was geht da? Ja, dann red mit mir. Wie? Schütze. Wo? Oh neeeeeee Warum treffe ich denn schon wieder nix? Hallo? Lass mich doch mal hier vorbeilaufen. Danke. Kann ich hier klettern? Nicht? Das finde ich scheiße. Wie lange müssen wir den denn beschützen? Hallo? Langsam habe ich keine Lust mehr. Alles klar. Lass mich mal weg hier ein Stück. Ich treffe auch schon wieder gar nix. Ja. Ja, besser ist auch. Wo haut es mich denn jetzt noch? Nee, eigentlich bin ich nicht hoch, aber ist okay. Trage den Überläufer zum Heck des Bootes. Was ist denn der Überläufer? Er? Körper bewegen. So, Heck des Bootes. Leute, ihr müsst mich jetzt echt ein bisschen schützen, ne? Ich kann da jetzt nix machen, wenn ich den trage. Mitglieder des Widerstands sind unterwegs. Bring den Überläufer zu ihm. Das nimmt kein Ende. Mir kam ich. Ey, ich bin jetzt nicht einmal gestorben, ne? Ey, ich bin jetzt nicht einmal gestorben, ne? Nein, ihr seht mich nicht. Nein, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich bin nicht... Ja, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ihr müsst mich jetzt decken, Alter. Ihr müsst mich jetzt richtig decken. Wenn die das jetzt verkacken, dann bin nicht ich dran schuld. Na los, na los, na los. Körper ablegen. Ich weiß, wo bist du? Ja, natürlich. Ich hab keine Munition. Oh, der brennt. Easy going. Ja, die sind auch tot. Das war's, ne? Das war's. Oh mein Gott, wir sind so gut. Wir sind so gut. Wir haben keine acht Versuche gebraucht. Wir sind so gut, wir sind so gut, wir sind so gut. Ich will am überlegen, ob ich sogar vielleicht Minecraft Mark von Debeta anschauen will. Ja, warum nicht? Mein Popcorn hat sich bisher, hat bisher geschmeckt. Geil. Cool. Schön für dich, Vater. Hoffe ich doch.